Jo, hallo, willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe mir jetzt gerade eingefallen, vor ein paar Folgen, ich daran erinnert wurde, dass mein Controller-Akku bald leer ist und deswegen stecke ich den hier gerade rein. In der ersten Folge haben wir Paladin Danze eher in diesen Arcjet-Gebäude geholfen. Dann, wir sollen den Typen nämlich helfen, weil wir brauchen so eine Sensoreinheit, damit die irgendwie so ein Funkgerät verstärken können. Und ja, unsere Aufgabe ist, dem Typen Feuerschutz zu geben und das machen wir natürlich wunderbar. Was sagt sie dazu? Paladin, sei still, ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Okay, dann gehe ich eben vor. Vorher muss ich was essen. Beziehungsweise, weil du was trinkst. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Achso, denkst du, ich stolperle über irgendwas oder wie? Weil wenn der Strom ausgescheint ist, dann kann ja nichts passieren. Also Geschütze oder so. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten können sich hier ewig austoben. Ich verstehe es nicht. Ist das eine Glocke? Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung wieder herzustellen. Sie haben nie Saft mehr. Aufzüge haben nie Saft, wenn man irgendwo hin muss. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ich muss alleine gegen Watt kämpfen, dann bin ich tot. Geht nicht. Das ist ein Aufzug. Wenn ich einem Gegner begegne, naja, ich renne sofort zurück zu dir. Ich habe noch sowas von Gegner. Dankeschön. Let. Gute Waffe. wo er jetzt wieder den ganz techniker persönlicher eintrag meine schönheit mein junkjet die werden sich noch wundern diese ingenieure mit ihren anzügen und tollen abschlüssen am montag werde ich es ihnen zeigen aber dann habe ich echt probleme weil ich wegpacken will kronkombine weil ich die hinbekommen ich habe schon besseren kreuzschlüssel weg damit wie mir die auch hier ich will nicht wegpacken soll damit wie ich die vielleicht bauen könnte damit damit Äh, schlug mal einen wiegen. Schlug mal einen, meine ich. Okay, laufe ich erst mal zurück nach Sanctuary. Und... Weiß ich nicht. Wo ist das Ding? Ich hatte erst mal einen Jetpack oder so. Soll es ja auch geben, glaube ich. Ich habe sowieso keine Müllung damit wegzuschießen. Deswegen... Aber gut, wenn ich das erst mal vergessen... Das wäre es. Äh, ja. Nichts wichtiges drin. Oh. Illusionskern nehmen. Ich weiß nicht, soll ich das nicht nehmen? So, Hacken. Haben wir überhaupt schon mal gehackt? Ich weiß nicht, was er kann. Ähm... Fiel den da noch. Treffer 0, okay. Man kann es dadurch mal nicht sein. Dadurch kann es nicht sein. Dadurch könnte es sein. Jawoll! Haha. Die Maschinenkern haben wir mit Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systemfolge... ...werg über Energieoptionen. Die Maschinenkern haben wir mit Notstrom betrieben und Systemfolge... ...Hilfsgeneratoren starten, ja. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Oh, da geht's schon wieder ab. ...Wir machen die Maschinenkern. Wann nicht. Nein. Blöde, die Saus. Hürst du das? Wir sind so oder was auch immer Sie sind. Ich weiß, dass ihr draußen geht. Mist, das. Wie geht's? Ach, mir geht's. Ich bin schon wieder leicht tot. Den mach ich gleich mal. Grüß das! Schade, ich kriege ihn da. Nein! Gehen wir hoch in den Kontrollraum. Passt! Irgendwas muss ich machen. Illusionzell, ist das hierfür? Jawoll! Kann ich die wieder ein bisschen benutzen? Ich würde die doch nicht fragen, ehrlich gesagt. Kann ich die aber wieder benutzen? Ja! Dann guck mal her. Soll ich da hoch oder was? Kommst du hier rein oder nicht? Ich bin doch nicht ohne. Hallo? Dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Dann bin ich tot, wenn ich alleine bin. Denkst du? Wie kommst du darauf? Vielleicht von den ganzen anderen Viechern, die mal... Oh. Auf dem Leipzig? Komm schon, ihr Schrotthaufen! Können wir glaube ich gar nicht abschließen lassen. Das wäre so ne... Ja. Warte! Ja... Warte! Warte! Hier hat einfach alles wegschwingt, ne? ich komme jetzt direkt ab weil es glaube ich entweder dati oder dati ja weil es sofort weitere 20 maximale gesundheit und dann dati maximale gesundheit regeneriert verlorene gesundheit langsam auf level 20 natürlich unbedingt haben das doch so okay okay da war ja irgendwie locker geschafft finde ich weil der hier alles weg getankt hat wir können dann die mission ja beenden dann gehe ich erst mal das sanctuary wird wahrscheinlich neue waffen herstellen und also was ich habe mich auf jeden fall ein paar sachen hier weglegen ich habe eine schallplatte bekommen test keine ahnung da haben wir ja alles ich glaube ja wie sieht das gebiet jetzt hier aus abgeschossen habe ich habe das reicht für mich da kommen ich glaube ich glaube langsam du hast angst vor aufzügen kann das sein und sehen wenn wir jetzt hier rein man alle war durch den grad von außen so schieben was was zum teufel machst du ja da ist schön dass du was gefunden hast komm schon komm mit aber ich kann es nur nicht leiden paladin dance naja das hätte besser laufen können aber immerhin haben wir die mission erfüllt ich finde wir haben gut im team zusammengearbeitet das stimmt es ist eine angenehme abwechslung mit einem zivilisten zu arbeiten der befehle befolgen kann es gibt allerdings nur zwei wichtige dinge zu besprechen zum einen werde ich dich für deine unterstützung während dieser operation entlohnen sobald du dir den sender gibst ich denke diese waffe wird dir sehr nützlich sein das ist meine persönlich angepasste version des standard lasergewehrs der bruderschaft möge es dir im kampf gute dienste leisten oh geil rechtmäßige herrschaft klingt nach einer einzigartigen waffe danke gerne zivilist so und was die zweite sache angeht ich möchte dir ein angebot machen wir hatten da drin mit einigen schwierigkeiten zu kämpfen unsere operation hätte durchaus in einer katastrophe enden können aber du hast einen kühlen kopf bewahrt und dich wie ein guter soldat verhalten ich bin fest davon überzeugt dass du das zeug hast um der bruderschaft beizutreten so wie ich das sehe hast du jetzt zwei möglichkeiten du könntest den rest deines lebens durchs ödland ziehen und deine dienste für mickrige belohnungen anbieten oder du trittst der stellenden bruderschaft bei bewegst etwas in der welt kann ich mir überlegen also was meinst du ich weiß nicht es ist eine große entscheidung ich verstehe also weshalb du zögerst und auch wenn du beschließt dass du zu uns gehören willst weißt du ja wo du uns findest fehl Glück vielleicht komme ich darauf zurück aber jetzt noch nicht wir gerade mal am anfang des spiels wo ich noch nicht der bruderschaft beidrehen hallo wer zum polizei über cambridge zeug wir gehen jetzt aber erstmal mit den drei sachen jetzt gehen wir zurück nach sanctuary weiß man wieder ein bisschen sicherheit hier ja jetzt haben wir ein paar abenteuer lebt jetzt gucken wir erstmal ob wir deinen sanctuary machen können vielleicht kann man jetzt endlich mal ein paar sachen pflanzen weil ich irgendwie nicht hingekriegt habe außerdem muss ich ein paar sachen ja vielleicht verbessern oder keine ahnung werden wir schon sehen eben schon ein paar sachen weg klagen die ich nicht brauche aber kommt direkt hier aus gut hey was ist das hier ich hoffe nicht einfach irgendwo wieder auf so wenn ich erstmal gucken kann ich jetzt diese sachen da endlich hinpacken ich muss noch jemanden dafür weil mich keine ahnung da will du mal ein paar waffen herstellen verbessern was weiß ich such dir einfach eine gute stelle und pflanze was auch immer du hast frische nahrung wäre echt eine schöne abwechslung für uns was haben wir alles hier hat mal rechtmäßige herrschaft 26 26 watt feuerrater 50 reichweite 203 präzision 76 die ist genau gleich stark ich kann nix hier verwässern ehrlich wo ist ein paar wässer präzision durch das visier ich dachte schon mal einmal aber wenn ich das jetzt hier machen möchte geht das nicht nur noch hier wird es denn noch alles hier rechtmäßige herrschaft ich plastik 6 ich habe jetzt ein einzigartiges läsergewehr um euch ja nicht normales läsergewehr eigentlich ich glaube schon wenn ich aufstehe sage ich mir einfach nur den tag überstehen du hast einiges erlebt ich weiß dass ich ein bisschen durch und ich versuche wirklich mich zu bessern dafür musste sich schock schock kümmer dich um deine sachen dann wird schon alles laufen ok danke dass du nachgefragt hast na klar wir passen aufeinander auf immer so viele sachen ne dann komme ich ja noch mal ein ding ins her gummi 30 stahl habe ich nicht einfach so sachen lagern und dann steht ihr transfer warum habe ich da zum beispiel da ich bin ja für sachen immer naja der normale 10 meter pistole habe ich auch brauche ich ja gar nicht dann ich glaube das sollte ich hier vielleicht nicht und screen machen ich mache das woanders da und sagen wir könnten mal versuchen noch wo habe ich hier viele orte aber noch hier alles ja da kann ich wahrscheinlich hin um die burschaft beizutreten der erste schritt tötige raider in konverter fertigungsanlage was hier noch mal links wobei noch schaffen ich glaube ja eher nicht aber mal gucken ja schon mal dahin reisen und mein ort einfach und dann gehe ich wieder nach sanctuary und weil sie nicht meine waffen zu verbessern mal gucken mal gucken was ich mache jedenfalls ein bisschen ordnung so einbringen warum bist du ich habe jetzt schön mit der waffe ich habe gesagt er soll mir nicht folgen so ja der macht es doch viel zu einfach ich bin tot das sind viel zu viel ging wie komme ich da nicht klar kann ich meine rüstung verbessern ich glaube nicht mehr alter so ein dreck ich kann mir ein neues gesicht hier verpassen sehr gut ich glaube ich gehe doch nach diamond city erst mal eigentlich nicht wir müssen nur zu dem ort dahin kommen eigentlich aber die verdammten gute kommen ja dazwischen da da der folgt mir doch gar nicht du bleibst hier verdammt alter hm mach ich das schon war ich doch schon da war ich dachte ich bin auch voll verkehrt irgendwie hat also war ich doch da richtig ja ich habe keine ahnung hier drüben du bleibst jetzt aber hier verdammt das geht lohne er ist auch so sache liegen sachen aber die gelten glaube ich nicht als nahrung das geht irgendwie doof ich kann nicht mal irgendwo hin platzieren und soll hat das geht ich kann überhaupt noch irgendwo hin zu gehen gehen wir mal dahein hm lohnt sich jetzt nicht mehr in dieser folge würde ich sagen ich tue mal hier noch ein bisschen machen impo gewehr impo revolver gewehr impo revolver gewehr impo revolver gewehr haben wir auch schon da kriegt nur stark für das auch kacke oder impo revolver gewehr ist hohe impo pistole impo na ja 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 aber jetzt komme ich wieder an einem gedachten wirklich kleber aber ich denn noch hier ich würde eigentlich am meisten hier meine dingens ja ich brauche aber die dingens dafür anscheinend scharf schützen hier würde ich herstellen mal und dann war wie es noch mal hier ist noch mal scharf schützen gehört ich benutze im pro revoyver gewähr natürlich gerne aber es an unsere präzision durch das wie sie ja verbesserte vergrößerung überlegende präzision durch das wie sie ja präzision durch das wie sie ja aber dann ich habe ja nichts was ich machen kann dann sagt man ja nicht normalen wie sie ja sagt man an so viel besser wird sagen ich bin dann hier den part und wir sehen uns in der nächsten fall von let's play fallout 4 ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge